Okay, okay, das war möglicherweise, was so, was so. Okay, weißt du. Also, Alter, ich kann Input machen und so. Eben war es noch so, dass die sich dann einfach ausgeschaltet haben. Okay, da kann ich nichts. Mehr kriege ich nicht raus. Gibt es einen Weg, das Ganze durchzuspielen? I hate Mondays. Der war vorher auch noch nicht da. Yes. Ja, wunderschön. Tatsächlich frage ich mich gerade, was das für eine... Wir gehen hier hin. Wir laufen da hin. Stanley war so bad at following directions. It's incredible, he wasn't five years ago. Hm. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Ja, ja, ja. Und die Möglichkeit, dass ich in tausend Teile zerstrengt werde. Die hattest du, die hattest du. Was? Das ergibt doch... Wie soll ich denn hier hin? Steh nicht auf dieser Seite des Zauns. Ja, aber wie soll ich denn... Das ergibt doch alles keinen Sinn. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Haha, vielleicht hast du mich falsch verstanden. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Um... Haha. Alright, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road? You've chosen world. Don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skilled trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Okay. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay, dann nehme ich das jetzt mal ernst und gebe ihm wirkliches Feedback. Aber erstmal machen wir eine kurze Pause. Denn ich muss etwas trinken und das ist ja meine Wahl, etwas zu trinken. Oder? Marco drückte auf den Pauseknopf und nahm sich etwas zu trinken. Danke. Er ertrank darin. Was? Immer noch schockiert darüber, dass ihr Lieblingsunterhalter gerade in einem Glas Wasser verstorben ist, überraschte dieser seine Zuschauer mit einer frohen Botschaft. So Leute, ich bin zurück. Sehr glücklich darüber. Außerordentlich glücklich darüber erfüllte das Glück die Zuschauer so sehr, dass sie den Like-Button drückten. Jetzt ging es ihnen gut. Und das Spiel konnte endlich fortgesetzt werden. So, ähm, du wolltest Feedback. Mehr Optionen sind eigentlich immer super. Das ist, das ist super. Richtig, richtig gut. Aber, Texturen wären auch nicht schlecht. Aber mehr Optionen ist super. Also, ja, fun. Aha! Ja! See, I knew I was onto something. Let's take a look. Okay. The Stanley Parable. Worldwide Leader. What? Okay, wer hat gewonnen. Good old Neil ist offline. Skit. Niko Nako. Voller. Okay. Okay. Das ist gemein. Meine Freundin, es ist jetzt leer. Nein. Ja, ich wähle die dritte Option. Ich mag sie. Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Nein. Überhaupt nicht. Sowas von überhaupt nicht. Ihr merkt schon, ich neige zu Absoluten. Nee, überhaupt nicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir also. Ich finde ihn jetzt gerade sehr freundlich. In diesem Spiel, die Baby crawls nach rechts, nach dem Gefahr. Du klickst den Button, um ihn zurück nach rechts. Und wenn er auf dem Feuer, dann verlierst du. Es ist ein sehr sinnvolles Spiel. All über die desperation und tedium, die endlich konfrontiert werden, die Bedürfnisse der Familie der Familie. Ich denke, das Weltkartier wird wirklich bemerkt. Aber natürlich, die Botschaft des Spiels nur wird klar, wenn du ihn spielst. für etwa vier Stunden. Also, warum kannst du dir vier Stunden, um zu machen, um sicherzustellen, dass es effektiv ist? Be sicher, dass du deine Erfahrungen aufzunehmen aufzunehmen. Ja, 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 ja. Ja, brenner. Du hartlesser Barsch. Ja, das macht ihr weil du die Kinder oder ich habe? Ja, weil wenn es die andere nicht weiß, was ich tun, was ich tun. Ich bin komplett aus der Idee. Nicht Tomb Raider! Nicht Tomb Raider! Bitte nicht das! Passt zu. Will ich das? Ja. Ähm, okay. Ich folge dann einfach mal. Sogar die Musik. Aber ich kann nichts tun. Also... Hast du ein Licht gebracht? Ich hab keins dabei. Wie denn? Auch. Aber da ist Kohle. Du musst Kohle abbauen, Erzähler. Bau die Kohle ab und dann kannst du daraus eine Fackel machen. Wisst ihr, vor drei Jahren ungefähr hab ich mir geschworen, ich werde nie ein Minecraft-Let's-Play machen. Er hat mich am Sack. Pilze! Oh, nein, 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 nein. Das ist viel mehr offen-endend, als ich in der Meinung hatte. Ich schaue etwas mehr langer und lineerer. Etwas, das dich wirklich nicht relevant fühlt. Das wird nicht alles tun. Ein aus fünf. Auch die Diamonds können nicht diesen. Okay, neue Spiel. Oh, danke. Da kamen gerade ein paar unsüße Monsterlines auf mich zu. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. Was ist das Spiel überhaupt zu sein? Ich kann es nicht herausfinden. Okay, jetzt bin ich interessiert. Lass uns herausfinden, was das ist. Oh, es ist ein Puzzle. Ja, ich weiß. Ich bin extrem gut darin. Dieses Spiel ist doch Wahnsinn. Natürlich. Das war... Das war... Was? Was habe ich jetzt ge... Nein! Okay. Hä? Ich bin... Alter! Ich bin in der Beta gelandet. Jetzt sagt mir nicht, dass das hier die Horrorversion des Spiels ist. Es... Sieht ein bisschen so aus, was? Sieht ein bisschen so aus, was? Erzähler, sag was! Erzähler, es wäre recht nice, wenn du... Weißt du, reden und so. Fände ich gerade ganz schön. Weil... Was war auf dem Monitor? Okay. Es geht, es wird wieder heller. Das ist ja zumindest etwas, oder? Ah, es wird wieder dunkler. Was ist das? Und wieso kann ich tippen, wenn ich an keiner Tastatur stehe? Hört ihr das? Es geht, es ist ein bisschen, wie ich... Ich weiß, was er der Weg in der Sache ist. Wenn er das, was er den Film in seinem Leben in seinem Story... Well, vielleicht ist er es, Gernig. Das ist in... ...wereber er jetzt ist, Ich weiß, ...und wenn er er sich happy mit diesem Wahl... ...und wenn er die heavy Kosten kommt, ... dass er es mit ihnen gehört. Er wird sicher, was ich versuche, was ich zu sagen. Er braucht es. Er braucht es. Er braucht es. Er braucht es. Er braucht es, ... und die Angst, ... und die Angst, The fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait.